Dann haben wir Frau Marika Fragacki. Sie ist Wirtschaftswissenschaftlerin und gehört zur Führungsriege von Syriza. Sie ist betraut mit wirtschaftspolitischen Fragen. Marika Fragacki, bitte. Vielen Dank für die Einladung. Ich gehöre der politischen Partei Syriza an. Ja, ich wusste nicht, dass es eine Verdolmetschung für Griechisch geben würde. Ich habe die Präsentation auf Englisch vorbereitet und werde sie auch auf Englisch halten. Wie gesagt, ich möchte noch einmal auf Englisch wiederholen. Ich habe nicht gewusst, dass es eine Verdolmetschung geben würde. Deswegen habe ich meine Präsentation auf Englisch vorbereitet. Das ist grob die Skizzierung. Ich werde alle diese Punkte rasch durchlaufen müssen. Im Prinzip werde ich im Wesentlichen über die Rolle der EZB sprechen im Umgang mit der Krise. Ich werde nicht, wie es mein Kollege getan hat, viel Zeit verwenden auf die Krise in Irland und die Applikationen. Nun, die Griechenland-Krise ist diejenige, die am meisten in der Diskussion ist. Vieles davon scheint ja auch bereits bekannt zu sein. So hat es begonnen auf den Finanzmärkten. Die griechischen Staatsanleihen, die deutschen Staatsanleihen, das begann, sobald die Finanzkrise begann. Am Anfang gab es einen leichten Anstieg. Dann gab es verschiedene Entwicklungen. Ende 2009, 2010 begannen die Menschen sich zu fragen, was wird jetzt wohl als nächstes passieren. Man sieht also bei dem Spread einen steilen Anstieg, was das Ergebnis der Finanzkrise war und der Beginn der griechischen Schuldenkrise. Jetzt schreiben wir mal 2010. Das erste Anpassungsprogramm war basiert an Marktraten. Das war eine Möglichkeit, die griechische Regierung dafür zu bestrafen, dass sie laxistisch war. Hier geht es darum, ganz strikte Austeritätsmaßnahmen durchzuführen. Das Darlehen sollte in Tranchen ausgegeben werden. Das ist gemäß der Methode Zucker, Brot und Peitsche. Was war nun die Rolle der EZB beim ersten Anpassungsprogramm? Am 2. Mai begrüßte der Gouverneursrat der EZB das verabschiedete Programm. Naja, verabschiedet ist eigentlich nicht der richtige Ausdruck. Das erste Programm, das die griechische Regierung akzeptiert hat und verabschiedete, das ist halt der EUROSPEC, nach erfolgreichem Abschluss der Absprache mit der EZB und in Liaison mit dem IWF. Das ist so ein Wortlaut, der sich wiederholt hat. Wir wissen immer noch nicht genau, was er bedeutet. Am 2. Mai scheint also die EZB ganz zufrieden zu sein mit dem ersten Anpassungsprogramm am 10. Mai. Verabschiedete bzw. kündigte sie das Securities Market Programm an. Hier geht es darum, dass Staatsanleihen auf Sekundärmärkten aufgekauft werden können. Das ist eine Operation, die hineinreichte bis 2012. Der Hauptschwerpunkt liegt dabei darauf, die europäischen Banken zu schützen. Es geht jetzt nicht darum, die griechische öffentliche Schuldenkrise zu lösen, sondern es ging darum, die europäischen Banken abzusichern, die die Möglichkeit hatten, die griechischen Staatsanleihen bei der EZB abzustoßen. Das sieht man auf dem Graph. Da muss man schon genau hinschauen, dass unten dieser blauen Säule, das ist der Anteil der griechischen Staatsanleihen. Das Hauptproblem sind Spanien und Italien, wie Sie sehen können. Der EWF verabschiedete 2013 einen Bericht, hat sich auch ganz deutlich dazu geäußert. Was 2010 gemacht wurde, die Maßnahmen, die ergriffen wurden, drehten sich darum, die europäischen Banken zu retten, nicht Griechenland. Und Varoufakis hat das in seiner üblichen Art und Weise auch ganz klar gesagt. Er hat ganz klar gesagt, dies ist ein Skandal. Wir kommen nun zum zweiten Memorandum bzw. dem zweiten Anpassungsprogramm. 2012 war mittlerweile klar, dass der Fokus des ersten Programms ein bisschen auf dem Holzweg war. Man wurde sozusagen von der Wirklichkeit überholt. Es gab einen Rückgang des BIP um 4% in 2010, 2,5% in 2011 bzw. das waren die Vorhersagen. Die Realität waren 5,3% und 8,9% in diesen Jahren. Das waren die Jahre, in denen es einen beeindruckenden Absturz aller Wirtschaftsindikatoren Griechenlands gab. Was passierte dann? Es wurden dann neue Anleihen ausgegeben mit zusätzlichen fiskalischen Austeritätsmaßnahmen. Vorrang haben die Gläubiger Griechenlands gehabt. Die Neue Demokratie hat damals Briefe versandt, hat gesagt, egal was in Griechenland passiert, sind wir verantwortlich für die Implementierung dieses Programms. Die PSI, die Involvierung des Privatsektors, das ist ein anderes Wort für Umstrukturierung der Schulden. Davon waren 30% der Schulden betroffen. Sie wurden ausgezahlt aus dem zweiten Anpassungsprogramm. Die Staatsquote ist nur in einem Jahr zurückgegangen, 2012, und begann dann ab dem nächsten Jahr schon wieder anzusteigen. Was war die Rolle der EZB bei dem zweiten Anpassungsprogramm? Erinnern sich daran, das Securities-Market-Programm lief damals schon, was bedeutete, dass die EZB von den europäischen Banken griechische Staatsanleihen übernommen hatte, die von der EZB Geld bezogen und griechische Staatsanleihen und italienische und spanische abschließen. Die EZB hat sich damals berufen auf ihren Senior-Credit-Status. Die EZB-Anleihen sind als Erste dran, hieß es, wenn irgendwas passiert, wenn irgendein Schuldiger in Probleme kommt, dann muss die EZB als Erste ausgezahlt werden, wie auch für den IWF. Und dieser Senior-Status ist natürlich mit eine Ursache für die Stabilität. Dies ist doch klar gesagt worden. Die EZB hat da im Prinzip gegen ihr eigenes Basismandat, nämlich Preisstabilität, verstoßen. Dies wird ersichtlich auf diesen Graphen. Hier muss man eigentlich nur eines sehen. Hier geht es um die italienischen und spanischen Anleihen über zwei Jahre Maturität und die deutschen Anleihen. Anleihen, die bunten sind die spanischen und italienischen. Zwischen 2010 und 2012 sieht man Folgendes. Die EZB scheitert hier einfach, ihre Hauptaufgabe wahrzunehmen, nämlich für Finanzstabilität zu sorgen. Aber das ist ja letztendlich das A und O der EZB. Draghi kam dann mit seinem Plädoyer, macht was immer ihr tun könnt. Der Hauptpunkt ist hier, dieses Programm ist unbegrenzt. Das ONT-Programm ist, es gibt da keine Grenze nach oben. Die Security-Market-Programme hatten zumindest eine Obergrenze. Es wurde festgesetzt und so viele Millionen Euro. Aber dieses Programm war dann auch wieder an sehr strikte Konditionalitäten gebunden. Ich möchte die vier Hauptkonditionalitäten benennen. Erstens die Existenz eines Anpassungsprogramms, das heißt Wirtschaftsumstruktur, fiskalische Konsolidierung usw. Das haben wir schon bei dem irischen Fall gehört. DITO für den griechischen Fall. Also zunächst einmal das Bestehen eines Anpassungsprogramms. Zweitens zufriedenstellende Erfüllung. Was bedeutet das? Wenn die Arbeitslosigkeit immer weiter in die Höhe schnellt, ist das zufriedenstellende Erfüllung? Und die Öffentlichen schon so ein bisschen zurückgehen, ist das zufriedenstellende Erfüllung? Dann Zugangsgewinn zu Anleihenmärkten. Gut, obwohl es Trading unter Stress gab. Das sind die vier Konditionalitäten. Das ist also ganz klar gut für die Finanzmärkte. Aber wirkt sich nicht positiv aus unter sozialen Gesichtspunkten. Dann 2012 wurde ein neues Programm angekündigt. Und dieses lief bis 2015. Hier muss ich sagen. Entschuldigung. Ich schaue mir mal kurz meine Notizen an. Das OMT-Programm wurde eigentlich niemals umgesetzt. Es hat die Finanzmärkte ein bisschen beruhigt, hat allerdings niemals wirklich Wirkung gezeitigt. Allerdings hat es den Weg geebnet für das QE-Qualitative Easing. Hier haben wir einen Grafen, der zeigt, wie der Fokus der EZB sich verlagert hat. Der EZB ging es insbesondere um Ansteckungseffekte auf den Finanzmärkten. Da diese Kreditrisiken unterschwellig, implizit sind in den griechischen Staatsanleihen, könnte dies überspringen auf italienische, spanische, irische und so weiter und so weiter Anleihen. Deswegen gab es ziemliche Unruhe auf den Finanzmärkten. 2014 gab es nun eine Fokusverlagerung bei der EZB. Obwohl sie ihrem Mandat der Finanzstabilität nicht genügen konnte, spiegelte sich dies wieder in einem weiteren Scheitern, das der Mann und die Frau auf der Straße besser verstehen kann. Nämlich, dass die Inflation nicht nur bei 2% lag, was im Prinzip das Hauptmandat der EZB ist, es ist in diesem Bereich zu überlassen, sondern die Inflation ging zurück auf 1% und viel sogar unter 1%. Dieser Graph zeigt die Verbraucherpreise im Zeitraum 2012-2015. Hier sieht man, dass das völlig erratisch ist und die Tendenz rückläufig ist. Da fängt die EZB an, sich Sorgen zu machen, verlagert den Fokus. Das ist die rationale Hinter- der QE-Programm. Das Scheitern der EZB ist dort klarer geworden, selbst für die EZB. Es wurden weitere Maßnahmen ergriffen. Einer der Vorredner hat das, glaube ich, erwähnt. Die Leitzinssätze sind gesenkt worden auf ganz niedrige Werte. Heute haben wir eine Bank, die, wenn sie ihr Geld als Einlage abgeben will bei der EZB, dafür zahlen muss. Das bedeutet, dass die Wirtschaft in einer Liquiditätsfalle ist. Die Banken sitzen jetzt lieber auf ihrem eigenen Geld, anstatt dieses der Zentralbank zu leihen. Und das ist heute das Hauptproblem mit der Wirtschaft in der Eurozone. Die EZB führt das QE-Programm ein und das Asset-Purchase-Programm, APP. Das gibt es ja jetzt schon auch seit einiger Zeit. Das neue Element hier ist, dass es auch eine öffentliche, eine staatliche Komponente gibt. Wie gesagt, das OMT-Programm hat den Weg geebnet für das Public Purchase-Programm. Das OMT ist dann durch deutsche, europäische Abgeordnete infrage gestellt worden vor dem deutschen Verfassungsgericht. Dieses hat es weitergeleitet an den Europäischen Gerichtshof, der das Urteil fällte, OMT ist in Ordnung, das können Sie machen, das liegt innerhalb Ihres Mandates. Das APP wurde am 22. Januar 2015 angekündigt. In diesem Jahr gab es ja auch Wahlen in Griechenland. Die EZB hat damals die Regierung gestellt. Am 22. Januar kündigte die EZB an, sie werde jeden Monat 60 Milliarden als Vermögen bereitstellen. Ein Großteil dessen bis Ende 2016 und ein Großteil, 75,5 Prozent, ging dafür weg, öffentliches Vermögen, staatliches Vermögen aufzukaufen. Nicht auf den Primärmärkten, sondern auf den Sekundärmärkten. Diese Beträge werden auf einer Pro-Rata-Basis ausgezahlt, nach der Größe der Mitgliedstaaten. Und die großen Mitgliedstaaten bekommen hier den Löwenanteil. Kann man hier auch sehen. Deutschland, Frankreich und Italien haben mehr als die Hälfte unter sich aufteilen können. Die Bilanz der EZB expandiert in Folge immer weiter. Das sieht man hier. Der Umgang mit dem neuen Geld läuft allerdings über die Finanzmärkte, nicht über den öffentlichen Haushalt, sondern über die Finanzmärkte und kommt natürlich denen zugute, die auf diesen Märkten spielen. Den Finanzinstitutionen, den Reichen, denen dieses Vermögen gehört und so weiter. Kommen wir noch einmal zurück zu dem griechischen Fall nach diesem kurzen Exkurs zu der EZB. Hier wird ersichtlich, dass ab 2009 Syriza, die radikale linke Allianz, von 4,6 im Oktober 2009 auf 36,3 Prozent. Im Januar angestiegen ist 35,5 Prozent im letzten September mit den unabhängigen Griechen, einer Zentralrechtspartei in der Regierung. Am 27. Januar begann der Verhandlungsmarathon. Wenn wir jetzt nur zurückblicken, am 22. Januar hatte die EZB angekündigt, sie werde jeden Monat 60 Milliarden als Vermögen auszahlen. Am 27. Januar gibt es dann eine neue Regierung, die in Verhandlungen eintrat mit den Gläubigern. Die neue Regierung war allerdings ziemlich blockiert. Das alte Programm wurde aus technischen Gründen verlängert bis Ende Februar. Das war ganz knapp bemessen, insbesondere im Vergleich zu dem Zeitrahmen für die Rückzahlung, der wirklich sehr ambitiös angesetzt war. Die griechische Regierung versuchte damals, ein Abkommen in beiderseitigem Interesse zu finden, mit realistischen Zielen. Aus Rücksicht kann man sagen, das war sehr optimistisch. Dann das Referendum, das deutliche Nein zu dem Vorschlag. Und dann gibt es das dritte Anpassungsprogramm. Ich möchte Tsipras zitieren vom 14. Juli. Da gab es nämlich ein großes Treffen mit der Euro-Gruppe. Das führte zu dem dritten Anpassungsprogramm. Am 14. sagte Tsipras, das Ergebnis des Euro-Gipfels war das Ergebnis des starken Druckes eines Landes, das seinen Willen bekundet hatte, sich selbst demokratisch zu regieren. Nun, um die Länder zufriedenzustellen, die finanziell mächtig sind. Das ist die politische Balance in dem politischen Machtspiel, die wir auch berücksichtigen müssen. Wir kommen jetzt zu dem dritten Anpassungsprogramm. Ein weiterer Kredit, der bereitgestellt wird, wo man sehen kann, 63 versus 29 Prozent, das fließt zurück an die griechischen Banken und an die Gläubiger. Auch dies ist an Konditionalitäten gebunden, weitere fiskalische Konsolidierungen, strukturelle institutionelle Reformen, Privatisierung und so weiter. Hier sieht man zwei Bereiche, die damals im Bankensystem wichtig waren, nämlich eine Einlagenflucht. Dieser Graph beginnt im Januar 2010 und läuft weiter bis Oktober 2015. Hier sieht man, wie die politische Ungewissheit, die erzeugt wurde durch diesen gesamten institutionellen Rahmen, sich auswirkt auf die Sparer und ihre Bereitschaft, das Geld bei den Banken zu lassen oder ihre Ersparnisse abzuziehen. Das ist überhaupt einer der Punkte, der die Krise im Bankensystem geschaffen hat. Gut, also einerseits gibt es die Flucht von Spareinlagen, auf der anderen Seite gibt es ein ständiges Ansteigen von Non-Performing Loans. Das hängt zusammen mit dem Rückgang des BIP und dem Einkommensrückgang. Ein Teil ist allerdings auch der Ungewissheit zu verschulden. Nun kommen wir zu der Rolle der EZB 2015, also erst letztes Jahr. War die EZB eine Hüterin der Stabilität, wie es ihre Rolle gewesen wäre, oder war sie auf der Seite der Gläubiger? Sie hat eine Reihe von Maßnahmen getroffen, die im Prinzip die Drosselung des Bankensystems noch verschärft hat, wie man das auf den letzten beiden Graphen gesehen hat. Am 4. Februar gibt es eine Ankündigung. Am 26. gibt es eine neue Regierung. Die EZB hatte beschlossen, die Ausnahmeregelung für Mindestanforderungen aufzuheben und eine Verlagerung vorzunehmen zu dem ILA, was in den Händen der Nationalen Zentralbanken ist, nicht der EZB. Das heißt, Kreditrisiko wird abgewälzt auf die nationalen Systeme. Dies ist ein wichtiger Punkt. Am 26. Juni, als das Referendum im Juli angekündigt wurde, hat die EZB das verfügbare Geld für Griechenland eingefroren. Ist es überhaupt legal, das zu tun? Ist es legal, dieses Geld zu geben und dann wieder zu nehmen? Solche Fragen stellen sich in diesem Zusammenhang. Am 6. Juli wurde ein Schuldenschnitt vorgenommen, mehr als 50 Prozent, auch wenn das nicht mehr so genau weiß. Ja, so um die 55 Prozent lag das herum. Die Flucht von Spareinlagen beginnt. Man beginnt die Banken zu stürmen. Paul de Grave sagte das, er hat das immer sehr klar gesagt. Die Ziele der EZB waren politischer Natur. Es ging nicht darum, geldpolitische Angelegenheiten in den Griff zu bekommen. Wo stehen wir jetzt? Die griechischen Banken wurden einen Belastungstest unterworfen und Ende letzten Jahres rekapitalisiert. Die unsicheren Einlagen erhielten kein Bail-in, obwohl die Senior-Tranchen schon eines bekamen. Es gab im Endeffekt weniger als 6 Milliarden, im Unterschied zu den 25 Milliarden, die bei der ersten Anleihe budgetisiert worden sind. Die ELA-Finanzierung betrug im November 77 Milliarden. Die Ausnahme, um den ELA-Mechanismus zu verlassen und zurückzukehren zur EZB-Finanzierung, wurde nicht erfüllt. Und Draghi sagte, es ist noch zu früh, um eine Ausnahmeregelung zu bewilligen. Erst muss Athen eine ganz klare Eigenverantwortung zeigen. Das ist eine deutliche politische Erklärung. Draghi's Kapitalkontrollen, die Ende Juni wieder eingeführt worden sind, immer noch da. Nicht in der gleichen Form, aber sie sind immer noch da. Die griechische Wirtschaft ist in einer Deflationsspirale. Das begann Ende 2013 und hält immer noch an. Die EZB müsste die Ausnahmeregelung, die ich eben erwähnt habe, wieder einführen, den Schuldenschnitt aufheben und zulassen, dass die griechischen Staatsanleihen Zugang haben zum QE-Programm. Das sind die Mindestanforderungen, damit die Situation zufriedenstellend gelöst werden kann, damit die griechische Wirtschaft eine Verschnaufspause bekommt. Danke. Vielen herzlichen Dank, Marika Frankaki. Sie haben jetzt in Ihrer Präsentation sehr viele Daten, Tabellen, Grafiken und Beispiele angeführt. Und hier möchte ich noch mal eines unterstreichen und besonders hervorheben. Einmal das erste Programm, das man in Griechenland durchgeführt hatte. Das war ja ein Programm, das noch nicht mal den Anforderungen der Technokraten des IWFs entsprach, was den Rückgang der öffentlichen Staatsschuld in Griechenland angeht. Das Ziel dieses ersten Programmes bestand ja darin, hier die Interessen der französischen und deutschen Banken zu sichern. Die sollten ja ihre Verbindlichkeiten bei den griechischen Banken und den griechischen gehaltenen Darlehen abbauen. Das war ganz klar das Ziel des ersten Programmes. Rettung der europäischen Banken und da insbesondere der exponierten deutschen und französischen Banken. Dann ein zweiter Punkt. Die Ergebnisse dieser Politik. Die EZB ist ja für ganz Europa die Hüterin der Geldpolitik. Und das soll für alle Länder gelten. Aber die Armut, die Arbeitslosigkeit ist in Europa angestiegen. Wir haben jetzt ein Null-Prozent-Wachstum hier in Europa zu beobachten, wohingegen die amerikanische Wirtschaft nach der Krise da ganz klar höhere Wachstumsraten zeigte. Außerdem sehen wir auch einen Rückgang bei den Investitionen und die sozialen Spannungen und Unterschiede wachsen an. Das gilt insbesondere für Südeuropa. Zudem haben wir es noch mit einer Null-Prozent-Inflation zu tun. Da hält die EZB ja noch nicht mal ihr Mandat ein. Die Inflation ist zu niedrig für ein Wirtschaftswachstum. Nur ein Wachstum kann ja die Beschäftigung sichern. Dann drittens die Rolle der EZB zu Beginn des letzten Jahres. Die EZB hat ganz klar ein politisches Spiel gespielt. Sie hat das griechische Bankensystem abgewürgt und hat damit aber auch nicht berücksichtigt, was sich das griechische Volk gewünscht hat. Das griechische Volk hat sich ganz klar gegen diese Maßnahmen positioniert. Das griechische Volk bringt diese Diskussion ja auch in die europäische Linke hinein. Und eines möchte man damit eben auch ganz klar unter Beweis stellen. Es geht hier in diesem Zusammenhang um die Rolle der Politik und um die Antwort der Politik für die Gesellschaft. Die Antworten sind ja eigentlich in Frankfurt und in Brüssel zu finden. Aber unsere Reaktionen müssen darauf sehr viel stärker sein. Wir haben einmal eben das Bemühen der Syriza-Regierung in Griechenland gegen diese Maßnahmen. Aber auch Spanien, Portugal und Irland wären da zu nennen. Hier entstehen neue Bewegungen, die auf einen Wandel drängen und die sich auch andere Wachstumsmodelle wünschen. Wir hoffen, dass diese Bewegung, auch die Syriza ist da ja zu nennen, da neue Ideologien hervorbringen. Und dass man auf diesem Wege auch einen größeren Rückhalt bei der europäischen Bevölkerung gewinnt. Und dass wir gemeinsam diesen Kampf angehen. Und dass wir gemeinsam diesen Kampf angehen.